Die Automobilwirtschaft steht vor einer nie dagewesenen Krise. Man sagt, dass sich die Automobilwirtschaft in den nächsten fünf Jahren stärker verändern wird als in den 50 Jahren zuvor und Schulze und Braun als einer der marktführenden Kanzlei im Bereich der Restrukturierung sieht da tatsächlich einen Trend. Also für die Zuhörer insbesondere war interessant, dass der Herr Dr. Leichle dargestellt hat, wie sich ein Automobilzulieferer in einem solchen Verfahren neu und erfolgreich aufstellen kann. Wichtig ist, und das ist die Besonderheit, meine ich, im Automotive, wenn Verlust erzielt wird nach der Eröffnung, dann sind die OEMs und auch die großen Tier 1, wenn man Tier 2 hat, bereit, diese Verluste zu decken. Das heißt, Teil dieser Fortführungsvereinbarung ist eine Verlustdeckung. Warum ist das so? Weil der Insolvenzverwalter ja ein Geschäft nicht fortführen darf, wenn er Verlust macht, sondern er ist ja gehalten, die Masse zu mehren und nicht sie zu verkleinern. Jetzt kommt das nächste Thema, Trade Agreement, ist aus meiner Sicht, selbst wenn man einen sehr unerfahrenen Käufer hat, zwingend anzuraten. Da geht es um die Mengen, um die Belieferung, um die Lieferzeiten, um die Zahlungsziele, gegebenenfalls um neue Aufträge. Das Format Autorecon wird Schulz & Braun fortsetzen, im Folgejahr, aber auch möglicherweise bundesweit. Und wir freuen uns, wenn wir an der Stelle den Dialog auch mit den Automobilzulieferern, also den Unternehmern selbst, fortsetzen können, um eben die Informationsvorsprünge, die sich ergeben, für alle Beteiligten nutzen zu können. Das Format Autoreconnellt